Hi Und hier höre ich auch schon wieder die ersten Zombies Und meine Freunde kommen hier einfach nicht weiter Haben das Klettern wahrscheinlich verlernt Naja, dann müssen wir eben alleine weitermachen Oder kommen sie doch? Hallo? Ne Die wollen noch Pause machen Ja Und Headshot Ja, die Headcrap hat überlebt Ne, alles ist sauber Leben brauchen wir zum Glück erstmal keins Dem geht's ja auch nicht mehr gut Oh, Munition Und hier ist eine Kühlkammer Die wir öffnen können Sehr verdächtig Ja, sie ist nicht ohne Grund Weggelaufen Okay, ziemlich lustere Atmosphäre Muss ich sagen Ziemlich duster Überall Blut Ja Oh je Hier ist doch irgendwas Ach du Scheiße Ja One Shot Ich mag diesen Revolver Oh je Oh meine Güte Kann doch nicht wahr sein Die Taschenlampe bringt uns ja auch nicht wirklich etwas Hm Sehr verdächtig Den Oh mein Gott Alter Scheiße Die dreckigen Headcrap Ich glaube ich muss hier erstmal alles sauber machen Und wenn mich nicht alles täuscht Dann muss Das Rädchen da vorne hier rein Aber Naja Bevor ich hier noch mehr Paranoianfälle bekomme Sollte ich hier erstmal alles klären So Ja Scheint soweit alles geklärt zu sein Na dann Machen wir mal hier weiter Hup Und wir drehen wieder am Rädchen Das magische Rad So Ja Das wird unser Weg gleich sein So Gehen wir mal zurück zu der Dame Die hier hingeflüchtet ist Voller Panik Ja Nein Nein Na dann bleib du mal hier Wenn du denkst, dass du sicher bist Mittlerweile Hoffen wir, dass du überleben wirst Würde mich nicht wundern Wenn hier wieder gleich Irgendwelche Headcrabs auf uns zuspringen Die sich wieder hier Zuflucht gesucht haben Und die Taschenlampe Unser bester Freund Hi Alter Scheiße Mann Ey Kann doch nicht sein Hallo Ich meine, ich glaube, ich habe schon mal erwähnt, dass ich Lüftungsschächte mag Immer so schön eng Da können nicht viele Gegner auf einmal zu einem rüberkommen Und weiter geht es, immer weiter Oh, it's crap Energie Ah, und hier kommt auch das Blut her Und da höre ich schon wieder einige Monster Immer schön beruhigend, zu hören, dass man nicht alleine ist Okay, hier ist erstmal keiner Aber da oben Viel Schuss haben wir ja nicht mehr wirklich Aber Gott sei Dank haben wir noch den Revolver Ja Da kann man nichts machen Dann klettern wir einfach Meine Fresse Au, ja Schlau Oh man Seriös Und wir schleichen weiter durch den Lüftungsschacht Ja, hier waren wir doch schon mal Yes Ah, wir können klettern Ich kann klettern Wie sieht es mit euch beiden aus So, gucken wir mal, ob es Ja, da haben wir wieder ein Freundchen Wo geht es denn hier lang Ah Naja Naja Die beiden chillen immer noch da unten in der Cafeteria Aber wir Oh man Wir wollen ja hier raus Naja, nehmen wir mal den Revolver hier Tack Und noch einer Und der ne Hey Der nächste Ja, die Headtrap hat überlebt Oh mein Gott Hallo Junge, komm doch mit Hey Oh, da kein Stress Bam Die beiden sind auch Geschichte Hallo Na, hier ist der obere Teil der Cafeteria Nein, echt Ah, da haben wir Munition entdeckt Wunderbar Fühle ich mich gleich Um einige sicherer Oh, dunkler Raum Ich glaube, das bedeutet, dass ich Baby-Signal Na ja Dem können wir, glaube ich, jetzt nicht unbedingt helfen Ja, wie denn Oh 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 Und weg war er Er war ein guter Mann Ja Das ist nämlich meine Einladung Aber ich habe schlechte Erfahrungen mit Aufzügen gemacht Und ein Ladebildschirm Mir kommt es auch irgendwie so vor Als hätten die Entwickler die Ladezeiten in die Aufzüge gelegt Das heißt, wir können uns automatisch schon mal auf einen Ladebildschirm einstellen Wenn wir einen Aufzug betreten Und der Ladebildschirm dauert etwas länger Wie im vierten Teil entschuldige ich mich hier für den etwas langgezogenen Blackscreen Und es geht weiter Wunderbar Feind in Sicht Oh 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 mein Gott Oh mein Gott, wir sind tot Nein Junge, lauf doch nicht da lang Äh Ich hoffe, ich habe gerade richtig gehandelt Wenn mich nicht alles täuscht Na, okay, das ist für die Selbstschussanlage da drüben Bam Aha Aber ich möchte auch Ja, wunderbar Na super, nur eine Headcrap, ey Ich dachte, da kommt schon wieder so ein Vieh, was irgendwelche Laserstrahlen schießen kann Und dann wurden wir hier wieder mal enttäuscht Aber wir können unseren Aufzug vollständig aufladen Wunderbar Diesmal keine Ansage von dem Anzug Von wegen 100% Ja Handgranaten Sehr schön Oh je Komm Spring doch Bam Weg, war er Kann man nichts öffnen Keine Hiii Didi Äh Dass die so krass springen können, ist ja schon nervig Hm Explosionsgefahr, würde ich sagen Au Na komm, mach doch auf Junge Da gab es schon noch ein paar Orte, die ich etwas durchsuchen wollte Ich meine, wir wurden ja immer wieder von Headcrabs unterbrochen Ja, geht nicht auf Geht auch nicht auf Dann müssen wir doch dort entlang Da ist eine Kamera Hier ist auch eine Kamera Bin gespannt, wer uns alles beobachten kann Beziehungsweise beobachtet Ja Hi Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann Das waren doch die Viecher Das waren doch die Viecher, die uns Ganz am Anfang noch irgendwie angepriesen haben Und jetzt schießen sie schon mit irgendwelchen Laserstrahlen auf uns Nur weil du deinen Burger nicht bekommen hast, Junge Musst du nicht direkt zur Rage-Mode gehen Ich meine, ich werde auch so, wenn ich meinen Burger nicht bekomme, wie ich ihn will Aber es muss doch kein Grund sein, direkt hier mit Laserstrahlen rumzuspielen Und hier gibt es auch wieder Cola-Bola Die Cola-Bola Sie begleitet uns immer wieder Und hier geht es die Treppen runter Ja, sieht ja schon mal sehr vielversprechend aus Sauber Weg mit dir Da ist noch eine So Hm Okay Ah, shit Wow Alles klar Ich meine, jetzt tauchen sie schon mittlerweile hinter uns auf Was habe ich da jetzt getan? Au, 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 au Scheiße Oh, Junge Ich schieße dich mal hier lieber ab, bevor du irgendwelche Faxen machst Na, der kann uns, glaube ich, jetzt erstmal egal sein, soweit Aber Noch mehr Granaten Eins Und zwei Da gehe ich lieber auf Nummer sicher Vielleicht können mir diese Herrschaften hier vorne ja wieder bei irgendwas behilflich sein Bevor die drauf gehen Was? Ja Der Mann in schwarz Kann man nicht verletzen Wir wissen ja auch gar nicht, was der von uns will Ja, mach du, dass du wieder mal wegkommst Wir kommen noch an dem Gedanken Nicht drum herum Dass er an allem schuld ist Dass er vielleicht wollte, dass das passiert Ich bin gespannt, ob sich da noch einiges drüber aufklären wird Munition Ich mag Munition Und weiter geht's Schauen wir mal Wieder Selbstschussanlagen Ich will die gar nicht in die Hand nehmen Auch wenn es vielleicht nicht geht Aber nachher schalten die sich ein Und machen wieder ein auf Enrage Hey Ach Gordon, komm schon Ja, die schaffen das natürlich wieder mal nicht Und hier ist der Mann in schwarz lang gegangen Natürlich wieder wie aus Geisterhand verschwunden Dokumente Oh, das war ich Okay Warum bringt er den jetzt um? Beschleunigte graue Substanz Oh, okay Ich dachte Die Soldaten sollen uns hier allen helfen Zu entkommen Aber anscheinend Haben wir uns geirrt Na, ich denke, da unten geht's lang So Und wieder ein prächtiger Aha Schweres Geschütz Na, das wollte ich doch die ganze Zeit schon Wunderbar Da müssen wir nicht immer so elendig Einen Schuss nacheinander abgeben Und können endlich mal draufhalten Und ich würde Oh, einen Granatenwerf haben wir auch Aber keine Munition Aber perfekt Eine schöne Waffe Wunderbar Und der perfekte Ort Denke ich Diesen Part zu beenden Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Vielen Dank.